hi zusammen factor 4 ja willkommen zu einem neuen video und zwar möchte mit euch immer über ein thema reden was sehr häufig jetzt aufkam und natürlich auch eine gewisse vertrauensfrage ist und damit ihr euch nicht sorgen machen müsst dass ich irgendwas mache was nicht erlaubt freigegeben ist wollen wir euch mal über etwas reden und zwar geht es allgemein um das thema welche tools sind erlaubt geht er selber noch geht er selber nicht und wie mache ich das bei mir und spreche ich was ab frage ich plarium etc und genau darum geht es mir um euch mal zu zeigen dass ich nicht einfach und ein future veröffentliche sondern immer nachfrage also thema nummer eins ist alle futures die im sr selber drin sind auch gerade die neuen die dazukommen wie fps settings etc alle die futures die drin sind und die reinkommen sind immer mit plarium abgesprochen ich frage jedes future an ich erkläre was ich dort mache was ich vorhabe und als antwort kriege ich dann nein das ist okay oder ich kriege enthalten das darfst nicht machen oder es geht zu uns okay und deshalb gleiche generell bitte der aktuelle stand den ihr beim erste benutzt der ist erlaubt und ist okay auch für die fps switch ist einmal alles weiterhin das hat nichts mit dem mit dem verändern das klären switch angeblich zu tun ja ob es jetzt logisch oder nicht einmal hingestellt auf jeden fall bleibt es weiterhin erlaubt der auto klicker ist also in einem stand wo es erlaubt ist ich habe auch die offizielle freigabe für den food swap erhalten also somit sind wir auch dort hingehen safe das hat ein bisschen länger gedauert weil ich erklären musste was ich da tue und gegen halt ein bisschen deshalb habe ich es dann erklärt wie es funktioniert und das funktioniert so wie ich es mache ist es okay das heißt auch der oh mein gott klickt der das schon kann soweit ich das weiß ist auch weiterhin okay also da die user die den lieber benutzen wollen ist ja egal welchen benutzen wollte verkommen wurscht die sind okay ihr braucht euch dort keine sorgen machen wie gesagt ich spreche meine füße ab ich vermute dass er das auch macht das hoffe ich mal und von daher könnt ihr ganz beruhigt und das tool nutzen das einzige was wirklich verboten ist ist den klienten in seiner geschwindigkeit in seinem ablauf in seiner loop time sozusagen anzupassen sei es durch speed tech wie sheet engine es gibt noch andere möglichkeiten ich werde sie hier nicht aufschlüsseln deshalb die bitte unterlasst es klar wie man es auch offen offiziell untersagt ihr seid damit nicht auf der safen seite es wurden account gebannt und werden auch noch weiterhin welche gebannt also seid bitte vorsichtig so eine sachen wie klar nur similatoren wie bundle calculator wie irgendwelche artefakt optimierer viel von der ladies und so was die sind alles alles okay das ist alles abgesprochen mit klarium die sind alle freigegeben da sie euch keinen im prinzip laut klarium keinen anderen erford bringen als dass ihr euren account voranbringt ob was jetzt stimmt und ich selber nicht stellt man muss natürlich klar sagen hätte ich sein artefakt optimal ist ein super bereich und für den für die community klar muss simulatoren sagt nur das wurde die der sich einen haufen arbeit gemacht hat team zusammenzustellen da gibt es ihnen bei mir in meinem tool also alle leute die sich darüber an die die arbeit machen die eigentlich klar um hätte machen sollen und man ganz klar die klare macht also all die sind diese funktionen gedacht und die tools und ich finde es gut dass die jetzt nicht komplett gekickt werden meine vermutung meine angst war schon nach dem push von sheet engine und dem möglichen verändern der geschwindigkeit dass es dann einen kompletten rollback gibt wo dann die sagen nein okay damit lassen verbieten wir es einfach alle tools das hätte mich persönlich ein bisschen genervt weil dann ganz ehrlich hätte ich nicht mehr gespielt denn für mich ist es einfach unmöglich in meiner jetzigen situation vor allen dingen auch noch wenn man familie frau normale arbeitszeit man will seine arbeit mein normaler job ist mir wichtig und der ist mir wichtiger als alles andere also wait ist mir lange nicht so wichtig wie das ja und dann will man ja trotzdem noch ein bisschen content machen und und das würde man mit normalen spielen normalen klicken im leben nicht schaffen deshalb bin ich froh dass autoklicker weiterhin erlaubt sind nachteil ist es eigentlich nur für die iphone user denn soweit ich weiß kann ich bin mir jetzt aber nicht noch wir sind sicher ist es dort nicht so einfach klicker zu machen beim android ist es super einfach gibt autoklicker kann man im google store suchen gibt es auch fürs handy das heißt auch damit ist man raus ob man das am handy zumuten möchte dass das dann 24 stunden läuft das muss jeder selber für sich wissen von daher lassen wir mal den autoklicker separat für sich stehen das wollte ich euch bloß mal teilen denn es kam jetzt häufig die frage ja farbstoff bestimmt ist wirklich zeigt uns doch mal den lok und soja und dann heißt ja doch wir glauben die schon aber es wird trotzdem schön wenn es das heißt ja ich habe es dann damit im chat geht schon und ich kann euch untersuchen so so kundtun wir haben einen einen sogenannten channel im discord wo ich test damit habe die wirklich das tool viel testen die auch euch sagt nur blecky und opa warte bausch und so weiter die andere die für mich das tool mit ausgiebig testen die auch viele fragen von euch beantworten und den zeige ich das immer was klar und geschrieben hat damit ich nicht komplett alleine da stehen mit der aussage ein plan als erlaubt deshalb wer mir jetzt in zukunft nicht glaubt ihr seht jetzt oben links hier wieder einen schönen neuen auto klicker hier laufen ja der wird morgen vermutlich veröffentlicht vielleicht erst montag nach dem patch ich bin noch überlegen so dass hier dort hingegen sicher sein könnte die futures die da drin sind sind freigegeben okay das sollte es eigentlich zu dem thema allgemeine tools drin sein dann wichtig für die kommende version des rsl helpers bitte fragt dich im disco ständig nach wann kommt die neue version man kommt die neue version man kommt die neue version einfach diesen channel verfolgen dann bekommt ihr es automatisch mit im discord schreibe ich news ich werde es im stream restzeitig mitteilen und ich werde auch ein video machen über die ganzen neuen funktion es hat sich viel getan und es wird sich auch noch viel tun aber er kommt noch ein paar geile sachen leute da müssen ein bisschen abwarten dann würde ich sagen wir sehen uns gerade überlegen was hat die ich hatte noch was moment ist überlegen ich hatte noch was irgendwas wollen wir sprechen genau jetzt jetzt mein generell thema account hopping oder account weitergabe damit meine ich bei genau was klar oder was user mich fragen ja ist es dann okay dass ich ein account mit jemand anders teile um den zu spielen theoretisch ja theoretisch ist nicht verboten account sharing zu machen spricht dass man einen account einfach überhaupt zwei spieler oder drei spieler verteilt weil was andere macht ein auto klick auch nicht aber nach nachfrage hat klar um sich mir gegenüber nicht so positiv dazu weil sie sagt man im auto klick also es macht eine aufgabe aber keine multiplen tasks ja das heißt man fahrt einfach einen dungeon oder man fahrt als spinne man vom drachen was auch immer und das macht er bis zum ende und fertig oder wird champions aber er fängt dann nicht an dann macht er ein bisschen klar muss dann geht er dort und macht ihn durch ein paar probierten paar teams aus und so weiter und das wollen sie nicht das heißt ihr solltet falls ihr account sharing betreibt aufpassen okay ich habe es damit gesagt was damit tut mit dieser aussage müsst ihr selber wissen dann was definitiv untersagt wird ist account verkauf und kauf von accounts bis jetzt schien es so als wenn sie da noch nichts machen aber komischerweise hat er mich extra darauf hingewiesen in dem gespräch deshalb weg da vorsichtig was sie vielleicht machen sie was ich weiß es nicht nur einfach bitte vorsicht ja und vor allen dingen im disco treiben sich ab und zu mal so eine scammer rum die dann versuchen mit account verkäufe sich geld aus tasche zu ziehen seid bitte vorsichtig bei sowas ja ich wie wir kicken sofort leute oder bannen sie wenn wir das mitbekommen wenn man bekommt aber nicht immer alles mit deshalb passt bitte darauf auf eure accounts auf und der nächste tipp den ich habe leute ist account sicherheit es gibt so viele wenn wir zum beispiel über account sicherheit reden dann meine ich nicht gibt euer passwort nicht weiter wenn ihr im stream content creator als passwort gibt damit er eure splitter öffnet mit dem passwort selber könnte keiner was anfangen wenn ihr einfach eine zwei faktor authentifizierung macht das ist super einfach in rachel löschen zu machen geht im plarium play klienten aktiviert dort in den einstellungen die zwei faktor authentifizierung macht das denn dann kann jemand euren e-mail bekommt ihr passwort bekommen und trotzdem kann er mit eurem account nichts machen wir haben jetzt schon mehrere accounts gott sei dank noch retten können aber was dann rechtzeitig mitbekommen haben wir haben jetzt aber schon viele accounts gehabt die gehackt wurden und dann heißt es farbstoff ja warum und dann lese ich das passwort und denke so ja und vor allen dingen waren es auch leute die wir im stream oder ich im stream darauf hingewiesen habe dein passwort ist zu einfach es gibt seiten zum beispiel how secure is my password dort könnt ihr euer passwort checken es gibt eine blacklist ja oder eine list wo ihr prüfen könnt ob eure e mail auf einer auf einer botlist auftaucht ja oder auf einer auf einer sharing list dass ihr wisst okay wir müssen auf jeden fall was tun mit der e mail die kann ich nicht weiter verwenden all das kann man prüfen einfach google benutzen nutzt das wenn euer passwort in sieben sekunden geknackt ist müsst ihr es ändern sieben sekunden ist nichts vor allem weil plarium play selber relativ human ist mit viele eingaben von passwörtern bitte ich euch macht was dagegen also damit hätten wir jetzt alles über accountsicherheit und aktuelle tools gesprochen ich wünsche euch einfach viel spaß falls ihr fragen habt zu tools beim erst einfach wie sagt könnt euch sicher sein bei hellhades sein art faktoptimier könnt ihr euch sicher sein bei dem klammer sanata von deadwood könnt ihr euch sicher sein beim klicker wenn du mein gott klickt müsste es klappen alle anderen autoklicker die ich einfach nur umklicken auch es sei denn sie haben eine zu hohe frequenz dann das mögen sie gar nicht ansonsten fragt mich einfach und ich kann nachfangen ob diese tools freigegeben sind oder nicht also in dem sinne wünsche ich euch einen geilen tag wir sehen uns im nächsten video im stream ist dann einfach tschau tschau